Ich geh doch mal in den Unterwassertempel, ist okay. Guten Tag. Guten Tag. Wer noch? Oh, Schatzelwurm. Hallo, Herr Schatzelwurm. Tschüss, Herr Schatzelwurm. Ich seh die Treppen. Ich seh die Tür. Er ist die Tür. Das akzeptiert nicht. Die Tür ist offen. Oh, eine Kiste. Diamathelm. Wann ist ja was für dich? Jo. Noch ein Tetzelwurm. Attacker. Ich akzeptiere das immer, Mann. Da ist der Schlüssel. Ah, eine Kiste. Diamant-Armschutz. Hey, ran. Nicht. Blub will das einfach nicht. Blub will nichts an seinen Arm. So. Weiter geht's. Blub. Tetzelwurm. Der Blub gekillt. Das geht nicht. Töte es, Mikro, töte es, töte es! Danke. Der Tatselwurm ist jetzt doch nicht so toll, wie gedacht. Defendor. Was? Oh, ist schwer! Joran, willst du Defendor haben oder willst du Defendor haben? Okay. Ich raten, die Türen sind aber abgeschlossen. Guten Tag. Na, sie juckt. Alter! Können die mal weniger Schaden machen? Oha. Dann was trägst du, was da bei dir steht, ne? Ist da was drin? Uh, ich will es haben. Danke. Vorsicht. Fall nicht. Ich falle nie. Okay. Muss ich jetzt nochmal trinken? Ich hab doch gerade getrunken. Rächt doch dies zu! Ich brauch mehr Schlüssel. Wo wird mein Schlüssel? Kiste! Joran-Protzer. Joran-Protzer. Gönn dir. Boah, ich sollte heilen. Sag das doch. Ich mach hin und wieder spontane Gravitationstests, um die Matrix auf Funktionalität zu prüfen. Ah, ja, okay. Und, funktioniert sie noch? Entschuldigung. Keine Ahnung, du hast mich am Testgehender, oder? Sorry. Hilf, wir fliegen gegenstände durch die Gegend. Ich könnte aber noch zu kloppen. Was hast du geworfen? Ich pack' ein Taschentücher. Ich hab nur immer das Schwarze im Augenwinkel gesehen und die Taschentücher sind nicht mal schwarz. Oh Mann. Oh, Kisten. Die haben meine Handschuhe. Och, ich soll kommen. Ein Messer. Kran wird langsam echt extra varragant mit seiner kompletten Diamantrüstung. War sind wir eigentlich bei Minecraft gelandet? Pff. So. Boah, ich brauch echt mal neue Waffen für Block. Ich find keine. Block kriegt demnächst einfach ne neue Klasse. Punkt. Alter. Alter. Kill mich nicht. naja heil dich schneller heil dich schneller toll Toll. Jetzt auch nicht mehr. Ich will aber... Cool. Ich habe einen Falle. Wohoo! Level-oops. So. Geil. Jetzt hau auf zu. Was soll das denn? Ohne Schlüsselhilfe würde ich ja gar nicht weiter bekommen. Und gleich komme ich hier unten an, und da ist noch mehr blöde Zutüge. Ich gehe ja schon. Ist okay. Ich habe es verstanden. Wir wollen mich nie hier haben. Mach mal eine Rückwand. Ach du willst nochmal Zeug aufhängen. Au. Wir haben noch von Elden Ring unten auch noch ganz viel Zeug zum Aufhängen. Das Poster sieht echt cool aus. Schlüssel kaufen. Gut Idee. E-tö-misch. Höh! Boah, ich kann endlich in Stufe 5 Zauber lernen. Benutzen wir auch immer. Wir brauchen schon Tapete. Hä? Ich brauche... Ich nehme mal Poster. Kein Problem. Ich will es verriegeln. Ich habe keinen Schlüssel. Ich will es verriegeln. Ich habe keinen Schlüssel. Wie soll ich denn da hinkommen? Achtung! Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann doch keine Wasserfälle hoch, oder? Doch, ich kann Wasser... Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich nicht. Wasserfälle hochlaufen? Probieren wir es aus. Aua. Wow. Da gehöre das Gespräch. Ich habe keine Maschine. Ich habe kein Problem. Aber ich kann das nicht auf Russland nehmen. Soll keine Mögel machen. Ich kann das nicht auf dem Schlüssel. Ich habe meine Mögel gemaakt. Ich habe meinen Mögel gemacht. ich habe ihn mit dem Schlüssel. Ich kann das nicht auf der Schlüssel. Gucken wir schneller als das Drecks, wie es schneller ist. Juhu! Läuft super! Dann läuft's! Oh Maaan! Oh, ich kann hier hoch, guck mal. Au, 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 au. Ui! Ich brauche mal nach Tränke. Die Leute, die hängen Bilder von sich und der Familie an die Wand. Und wir haben Game Merch. Game Merch. Das war's. Das war's. Das war's. Ich muss nicht fliehen, ich muss da bleiben. Wann. Ich will kein Flugzeil. Ich will jetzt da hoch. Ich will da hoch. Die sind sehr gut. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Und da hoch. Und da hoch. Und da hoch. oh strep in my street Das lebt aber noch. Wow, war dich auf Naira. Fast begeistert. Oh, es ist tot. Geht doch. Yay, Lulups. Vielleicht sind wir in den Kisten da unten der Schlüssel. Ja. Komm mal. Hm. 4.500 Leib. Yeah! Hab ich nicht. Keine Ahnung. Frisst das. Hab ich doch so den Schaden. Krass. Au. Alter. Dein Ernst? Ja. Au. Das gibt's nicht. Das ist der schneller als ich. Drecks. Wie? Das geht bei dem Vieh falsch. Das hat's doch vorhin auch nicht gemacht. Ach nee. Wie will doch bloß den Looter unten haben. Das geht's ja. Wie ist das? Das geht's nicht. Mit dem you? Das geht's. Das geht's nicht. Ich hab'mon. Ach, ich krieg Schaden vom Ding. Jetzt muss ich mal kurz sagen, wer ist vergiftet. Selbst mit Mikromana trauen sie sich nicht mehr, ne? Aua. Schrecksviecher. Schrecksviecher. Humblep. Flamiare, Protisring und noch ein Protisring. Ich hab schon gedacht. Willhaben. Aber ich muss hier raus. Ich brauch Schlüssel. Schraube. Ich hab doch eine Fluchtzeit, nicht wahr? Ich glaube, irgendwo hatte ich eins. Schrecksviecher habe ich eins zu sehen. Ist das blöd? Ich kann dir heute nicht sprechen. Ich kann dir heute nicht sprechen. Schrecksviecher. Jetzt hab ich aber eine Frage. Wo gab's diese blöde Schlüssel? Schrecksviecher. 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 Stehers ripes. Schrecksviecher. 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 Das war's für heute.